Hii! Ach, scheiße, yo. Ach, das geht auch noch. Ich glaube, wenn ich rausgehen muss, dann loslaufen. Äh, okay, ja. Ansonsten explodieren die. Und du? Und danach der Weg, da muss man irgendwie ein bisschen Speed haben und gegen Ende so zweimal ausweichen. Dann kommst du oben an, wenn du Glück hast. Am meisten klappt das trotzdem nicht. Und sobald man das geschafft hat, möchte man sich in Sicherheit wählen. Nur dann geht es erst richtig los. Am Ende des Gangs stehen gleich zwei dicke Champions oder sowas, die gleich auf dich einprügeln. Ja, das Ausweichen würde ich mir ganz für den Schluss aufnehmen. Nicht beim ersten Ring schon. Nein, nein, nein. Aua. Aua. Und innen laufen. Es wird natürlich ein Problem, weil Tina angegriffen wird, können wir jetzt nicht mehr porten. Genau so ist das. Ja, wie? Dann müssen wir das jetzt machen hier. Jetzt geht's wieder. Ah, super. Ja, da wird man hier stehen, weil von oben das Ding schießt auch, wenn du nämlich zurück rennst und irgendwen retten willst. Hast du die Unsichtbarkeitsmachdinger dabei? Hast du so einen kleinen Delay drin, dann stehst du da noch so Sekündchen. Naja, gut, ne Sekunde ist es nicht. Aber ein bisschen stehst du halt noch rum, wenn du da wieder auftauchst. Aber die Ecke da funzt, definitiv. Jo, dir geht's wirklich. Die Scheiß ist bloß, du musst jetzt da eigentlich auf die andere Seite, weil du da vorne an der Ecke hängen bleibst. Genau da. Ja. Yeah. So, ja. Also wenn du die Ecke da hast, dann ist es easy. Und du musst Speed haben, dann geht das, ja. Wenn du einmal oben bist, weißt du, ist es einfach. Ja, mit dem Speed ging's wirklich. Wenn du Speed hast, kommst du locker da oben rum und wenn du da einmal die Ausdauer regen kannst und vor allem kannst du dann gezielt warten, das geht. Wollt ihr erst da irgendwo oben was fertig machen? Ja. Hat sich glaub ich geliebt. Bitte auf die Geschütztürme einmal, ich geh mal da drüben. Ach ja, richtig. Jetzt kann ich noch eine rechten. Das war's für heute. For great justice! Shake it off! Nein! Einen hab ich entle- Einen hab ich mit dir geholfen! Einen hab ich mit dir geholfen! Einen hab ich mit dir geholfen! Danke! Zauber! Ihr hittst du! Jo, alle packen! Einen hab ich mit dir geholfen! Du feilst! Hehehe! Einen hab ich mit dir geholfen! Ah! Ja, das ist viel relaxter. In Rüstung kämpfen kann jeder. Fühlt man sich viel freier. Kannst du es ja leisten. Der will da auch unbedingt reinmeißen, der Hund. Das ist das ultimative Tanking-Outfit. Ich hab noch den blauen Fokus an, ey. Rockt ja, super. Das ist alles, weil du ihn laufen kannst. Das hast du ja schon einen kleinen Horn gemacht und verpassen. Hat der Mischung ganz schwindelig. Aber ich muss sagen, mit mich als Trick, wenn man das richtig macht und schön einzeln läuft, ich glaube, dann ist das locker. Da musst du nur noch aufpassen, dass man nicht an der Kante hängen bleibt. Sonst ist es wieder Essig. Naja, weil dann überrennt sich die Kräne wieder da. Ja. Wenn ihr genau was habt, kannst du mal krank übergehen dürfen. Also mein Brunnen des Leidens macht zurzeit...